Weil die Gäste, wenn da Empfänger oder die Läule so klein ist, da kannst du ja locker irgendwo, irgendwo, ja das ist keine Sinn. Irgendwas schlägt da ein, sagt sowas, irgendwo im Körper so ein Punkt halten. Wenn sie es wollen, dann machen sie das Problem. Aber das ist normal, ja. Ich sag ja, wir sind schon lange, ja, der der will ich zwar nicht sagen, aber so ähnlich da. Wir werden schon lange irgendwie verfolgt, ja. Ich hab's dir sagen, was wir wollen. Ja, aber teilweise sind wir da nicht mal ganz unschuldig da dran, ne. Wir müssen ja auch einen Scheiß irgendwo, irgendwann ins Netz stellen, und machen und tun und posten mehr und liken da. Ja, das hat Spuren hinterlassen, ist man klar, ne. Um von mir was zu finden, muss er, da muss er schon richtig, muss er schon. Ja. Ich find jetzt wieder ne Festnetstelefonnummer von mir, noch ne Mobilfunknummer, noch andere Daten. Und wenn du dann meinst, du hast mich, dann hast du einen, der heißt genauso wie ich und wohnt in Mannheim. Ja. 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 Ja, wenn ich so überlege, wann er wieder Festnetstelefonnummer, ich glaub ich hab mir mal doch Festnetstelefonnummer, aber haben wir nie benutzt. Ja, ich hab sogar vier Festnetzelefonnummern, ne. Aber nie benutzt, da sollte man vielleicht echt mal tun, also einen ganz alten Knochenmal. Ich hab sogar noch irgendwo, ich glaub, 22C in Nokia, wenn wir irgendwo rumfliegen, da hab ich nicht darüber ne, ob ich das Ding gleich nicht einschaue oder so. Ja. Ja, das ist ja mittlerweile, ist das nicht katastrophal da, ne. Das ist ja auch Schritt und Schritt, wirst du beobachten. Das ist doch gar nicht. Ja, 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 das Handy muss ich in meinem Auto einbauen, ne. Weil da gibt's da richtig schöne, geile Fitness-Einbauten und da für das Handy. Die sieht da richtig schön. Ja, ja, hier ist Delta Golf 1, Tango Radio. Wenn du weißt, wie das Teil heißt, oder vielleicht sogar noch ne Artikelnummer hast, beziehungsweise ne Zubehörersatzteilnummer, dann lässt sich sowas mit Sicherheit finden, ne. Aber, die musst du natürlich haben. Oder du musst ganz genau wissen, wie dieses fehlende Teil heißt. So, da gibst du hier mir nur so einen Oberbegriff ein, dann suchst dich auch zum Modell. Ich weiß ja, wer mit der KW los ist, das ist ja fürchterlich. Ja, wie gesagt, finden kannst du alles. Ja, ja, das ist ja das Problem da, ne. Ja, genau wie das heißt. Das weiß ich so jetzt leider nicht. Ich lass mal hier den einen da, die Menge der Fragen da. Vielleicht der Junge, der letzten Mal war der Ältere nicht da, der Junge wusste nicht. Äh, in den älteren Fragen. Ja, weil im Google oder Ebay, wo auch immer, gibt's mittlerweile vier Milliarden am Sachen da, weißt du? Und du musst da wirklich zum Fall genau den Namen nennen, damit da das rauskippt, das letztendlich. Ja, du suchst dich so und oder nicht. Ja. Dann merkst du ja schon, wenn die alleine die Elektronik wieder stehen oder so, und da gibt's den Namen an der Kondensator und da kommen so ganz irgendwelche andere Sachen da. Da kannst du erstmal... Vor allem, dann hast du dann tausend Seiten auf dem Verschilter, wie lange muss das tun. Aber wie gesagt, kann doch so. Ja, dann gucken wir, was die genau heißen. Da wusste genau den Namen an der Kondensator sofort nach, so und so und ohne. Ja, weißt du nicht, ich muss mal gucken, ich muss den mal fahren da. Ja, wir haben ja, den haben wir auch gut gefuckt. Da wollen wir mal fahren, da. Vielleicht, das liegt ja bei mir in der Ecke, in der Kondensator und so, liegt der da irgendwann. Ich finde das hier wichtig, ja, richtig schön, oder? Einfach vom täglichen Tag davor, wo du dann gewählt hast, ja, wo du dann wählen kannst und so, Handy dann in den Pfahl rum. Ich finde das gut. Ja, ich finde das gut. Jo, jo, jo. Ja, heute habe ich hier die Jochen getroffen, da. Auf, auf, äh, wo war das? War das 16 Meter? Nee, 17 Meter. Nee. 20, 20? Ja, irgendwie, irgendwo da. Na ja, heute war ein bisschen Band offen da, mal geguckt. Ja, klar. Aber eine Station versuchte, dann war das, ja, okay. Die laufen sehr, 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 sehr in uns beide nicht mehr. Ja, ich glaube auch. Ja, manchmal ist es ja auch so, dass das Band nicht unbedingt nach beiden Seiten offen ist. Ich habe heute, sagen wir mal, auch 15? Marokkaner an der Strippe gehabt. Der gab mir Sago schreibe 5,7. Ja, und ich konnte ihm gerade mal mit vielen Wohnungen 5,5 geben. Eigentlich war er 4,4, aber das wollte ich ihm nicht antworten. Ja, also, und dann, wann war das so, 4 Uhr Ortszeit hier? Auf 12 Meter, Brasilien. Und da habe ich bestimmt nach einer Stunde gerufen und geantwortet, der hat Holländer gehört, der hat einen Bürger gehört. Aber nicht einmal noch in Delta Lima. Na, und dann plötzlich war er wieder weg. 12 Meter, Brasilien, nachmittags. Das heißt, in Berlin war es gerade mal so nach dem Frühstück. Der war gerade vom Frühstück aufgestanden, beziehungsweise vom Frühstückstisch ans Funkgerät gegangen. Da fragt sich auch, was ist los, ne? Aber, gut. Wenn geht, geht. Wenn nicht geht, geht nicht. Naja, manchmal ist das so, ne? Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, da. Der war relativ laut hier. Ja, die war locker, Christa locker. Der hat mich zum Wunschverweg nicht gehört. Da war ich schon überlegen, na, sei. Ne, nicht, dass er hier ab oder so, weißt du. Da war, ne, also in diesem Bereich da rufen. In anderen Bereichen will er sprechen oder so. Das Phänomen haben wir auf einmal gehabt. Und dann kam der gleiche, der gleiche, ja, ja, Rufzeichen. Nochmal. Und dann stand er auf einmal ab. Ja, aber dann kam 100 oder weniger. Ne, aber dann, davor war normal, stand nichts, weißt. Und danach stand dann ab. Ja, ist klar. Entweder hat er vergessen, eins zu fallen gehabt, oder wie auch immer. Oder, ähm, der ist gerade unmisch. Das kann natürlich auch fallen, ne? Aber der hätte mich hundertprozentig hören müssen eigentlich. Ja, ich habe davor in einer anderen Station gearbeitet. Der war weiter weg. Der hat mich gehört. Und der, ähm, sehr wohl näher. Äh, na gut. Dann, äh. Kann auch fallen da. Weißt ja, die Wellen, ja, beziehungsweise. Äh, die, äh, die, äh, Funkwellen, die nehmen ja, ne? Was war das für komische Wege manchmal. Und manchmal geht's gar nicht. Obwohl man sich jetzt sicher sieht. Äh, ja, gut. Ja, keine Ahnung. Ja, hier Spanien und Greta. 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 Greta hat, äh, den gleichen hat er auch abge, äh, ne? Mit dem hat er auch gerade. Äh, Spanien hier, hier. Echow, Alpha, Siegel. Juliet. Juliet. Juliet, was weiß ich auch immer. Und das auch so. Auf die Lehre, ne? V.P. Papa. V.P. Wie gar nicht. Auf jeden Fall, äh, das sollen auch in die, äh, in die Station waren, äh, die auch so, so, äh, ja auch, dasselten, also, ne? Es war nicht verkehrt. Also beides war 17 Meter. Und heute war, war eigentlich schön. Muss ich sagen. Ja, ich bin ja nicht verkehrt, ich war doch nicht dran. Ich bin ja auch schon, das wird dann schön. Na, sei denn da? Na, nee, da. Leck, der NTV. Ich toffe sie ein Anschutz auf Homulation. Da, seddle. Ja, sicher. Doch die, was er nicht gewillt. Ah, da wird der Thomas bestätigen. Wie wir machen jetzt kurz die Sprache neuer? Ja, seddle. Thomas, kann dir nicht herrn. Ha, 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 ha. Ich muss doch mal schreißen und hast kein Papier. Dann nimm noch den Wimpel von Schalke 04. Jetzt der Tag war vereinst, wo wir mit schulräumen. Guten Abend. In 14 Jahren hängen Schilder, Lebensmitteldiscounter hier, Plüner werden erschossen. Jetzt hängen Schilder pro Einkauf nur noch 6 Liter Milch, 2 Packungen Toilettenpapier, 3 Packungen Küchenrollen, 3 Pakete Mehl, 3 Pakete Reis. So eine Schilder hängt schon. Im 4. Teil steht der Plünder werden erschossen. So ein paar Jahre. So ein paar Jahre. Ja, ich weiß nicht, aus Großbritannien zu. Stadtverkast, Zivilian auch alles so. Aber ich stelle mich noch auf Automaten und die Länder an. So. Jetzt geht's gut. Ja, hat die Leute gehört, habe ich auch kein Verschlechtnis zu hören. Also, ganz egal. Jetzt geht's gut. Ja, falsche Vorgehensweise war das. In Mannheims, ein Mannheimer Ortstall mit nicht dem Autobistenhof. Man könnte auch sagen, dass man in der Nordstadt hat ein Kunde beim Toilettenpapiereinkauf sich erst mit den Kassierern an der Köppe gehabt. Dann kam wohl noch ein anderer Angestellter dazu. Mit dem hat er dann auch irgendwie Streit gehabt, nachdem wir treten. Der hat ihm wohl eine gelangt. Da lag er dann im Gang, hat vor sich hingeblutet. Dann ist er mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gekommen. Ja. Und zwei Stunden später kamen dann seine Freunde und Bekannten in den Supermarkt und wollten die Sache klären. Ja. Kannst du ja vorstellen, was das für eine kohorte Menschen war. Ja, er geht nicht. Wie ist die Polizei gekommen? Und hat die ganze Suppe erstmal putativ in Quarantäne gesteckt. Das war viel lustiger. Weggesperrt. Fertig. количеhh. Saar. Thות. Was Sieext der die Fahrer in die ville also sehen? Ja, ich bin echt noch ein Ja, ich chiff Sigma das viel los. Im Knopf hier oben greifen algorithmisch. Die ganze Zeit bet��요. Ja, Jan, sag was. Das muss die doch erst schüttern, sowas. Ja, da kannst du mal sehen, die meisten Menschen irgendwie irgendwo zurückgefällig sind. So was nennt man Egoismus. Alles meins und alles für andere ist auch meins. Nee, so was ist einfach Egoismus. Und wir normalen Menschen, sagen wir so, die hier nehmen, dann gehe ich irgendwo anders hin oder so. Klar, versucht jeder für sich da irgendwas, aber da gehe ich nicht über Leichen. Ja, weiß ich nicht. Da siehst du mal diesen Zusammenhalt, das ist nämlich null. Weißt du? Ja, ist nicht schade, sonst bin ich einfach nur schade. Was? Ah, was willst du machen? Was willst du machen? So, ist gut. Quarantäne. Ja, normalerweise muss man die da hinschmeißen, da wo die alle verfeucht sind, da. Letztendlich. Na, die Quarantäne, da sind wir noch geschützt, ey. Ja, kommen wir wohl nicht mehr raus, ne? 14 Tage. Lässt sich einfacher bewerkstelligen wie 14 Tage im Untersuchungshafen, ne? Da brauchst du nen Haftgrund. Bei Quarantäne sperren sie weg. Ja. Ich frage mich nur, was machen die Leute alle mit Scheißhauspapiervorräte für anderthalb Jahre? Ne? Unheuerlich. Ja. Wollt ihr nicht der Atombunker von Rüthaln oder was wollen wir werden? Das ist so. Das ist so. Und das ist so. Also, ich frage mich aus den Kassen, weil das macht noch ein bisschen so hin kommt. Aber das ist ja kein so nett. Aber das ist nicht so nett, das ist ja noch pein. Wenn das ist los, die Gäste wird nicht so hoch, das ist los. Aber ja, das ist ja nicht so drauf. Ja, so. Hier war ja ganz, die heißt, das ist so ein bisschen, weil das ist keiner. Das ist so gut zu gehen. Naja, wenn du wirklich, wenn das wirklich eine Rückfahrung sein sollte, sag ich mal jetzt, wenn das wirklich so dörter wäre, dann wirst du irgendwann, nach der 10. Runde, dann wirst du ein Aschen, das wirst du auch machen, dann wirst du nur bluten. Das ist, äh, früher, das machen die meisten Türken, sag ich mal jetzt, so machen, sogar meine Eltern, die machen das immer noch. Ich weiß nur, wie sie in der Hinterhand ist, ich finde das sogar Hygiene, das mache ich auch. Ich finde das sogar Hygiene, aber wir einfach nur abrufen und fertig, da. Also wenn du keine, keine Spuren da hinlässt, aber wir, ja, wir fahrraten so Sachen aus der Autobahn da nicht. Also was da eh, das haben wir auch gemacht. Ich denke, ich habe den Zusammenhang, das sind wir noch nicht verstanden. Was für ein Zusammenhang, keine Ahnung. Ja, da war es so, dass wir den Arscher konzentrieren und leider haben. Also es gibt, äh, 3x4, 3x4 oder was. Ja, 3x2, das ist, dass wir den Arscher genannt haben. Das ist so, dass wir das machen. Das ist so, dass wir den Arscher saubern. Ich weiß nicht, dass wir die Spuren abrufen haben. Ja. Auf jeden Fall, wir haben uns das heißt, wir sind dort und wir sind so, dass wir den Arscher abrufen haben. Ja, das ist so, dass wir den Arscher abrufen haben. Ja, das ist so, dass wir den Arscher abrufen haben. Ja, das ist so, dass wir den Arscher abrufen haben. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, das war ein bisschen. Hast du mal damals da den Arscherländer geguckt, da? Vielleicht geht das so was nicht mehr aus? Da hat wieder einer geschrieben, dass jemand von uns die so links an. Also ein Blot auf das Ding ja gespeckt und so, bäh. Ja, aber vorher muss er die Enke abrufen, um dann danach die Fingerlegersauer zu machen. Ja, genau. Geht's doch. Es war aber... Der war richtig gut. Das war bei denen. Das war bei Fohlen-Torstans, meine ich. Irgendwo da war da. Ich sag mal, was hier denn da war. Um die Rutsche kann man nur so gesehen. Der war ja richtig gut. Der hat das richtig ernst gemacht da. Ich weiß nicht. Da war ja... Der war wirklich einfach eine Runde pro Monat da, wenn er das wirklich so machen sollte. Der hat ja ruhig da eine Karte, die sind da einfach drückt. Das ist ja nicht so, ganz drückt. Ich dachte, wir kriegen die Karte und dann klingen. Was? Nicht mal raus. Sie brauchen nicht mehr, sonst ist das, was wir hier. Wir haben die Leiter an demy. Also, was wir machen? Ich bin nicht verwirrt, wir brauchen die Strafzimmer, die Sperren schliffen, und ich weiß vielleicht, wo wir heute eine Corona-Fahrt noch einsperren. Und das sehen wir jetzt kurz. Ist das unsere Einsperren? Ist das da, dass wir jetzt sowas verpassen? Sonst nur noch nicht hier einfach, ob wir ohne das einster Carackel ansehen? Obwohl, das nächste was! Irgendwie sind wir wieder ein bisschen drin da, ne? Obwohl wir gar ein anderes Thema hatten da. Ey, Alter fängt damit jemand an. Mann, 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 ey. Ich kann das ja nicht. Ich dachte du mal was von da. Ich kann da schon jemand hören da. Ey, mal das gleiche. Lass die Menschen doof sein, die sie sind. Ich versuche mal einfach besser zu machen da. Ich weiß ja nicht, ob ihr in dieser Woche schon einkaufen wollt. Oder ob du einkaufen gehst oder die Anke. Wenn du selber mitgehst, dann beobachte den Pharma. Und wenn nicht, lass dir zumindest uns berichten. Lacht sich kaputt. Wir waren heute in vier Läden, um noch ein paar Brötchen zu kriegen. Versteht ihr? Ein paar Brötchen. Von Toilettenpapier, Milch, Mehl, Nudeln rede ich gar nicht. Und irgendeiner lügt. Weil, das heißt ja, die Lieferketten funktionieren und Nachschub ist gesichert. Irgendwas kann nicht stimmen. Entweder stehen die morgens um 7 Uhr vom Laden und kaufen die palettenweise vom LKW runter. Oder irgendwas, die ist an der Frau. Na gut, bei mir fällt ja meistens meine Frau auf. Ich pass dann so mal auf die Kiris auf. Weil ich kann ja so erstmal nicht fahren. Kleine Strecken gleich, ja. Wenn es klein geht, dann fahre ich natürlich hier die kleinen Strecken. Aber das macht meistens meine Frau, weil ich wünsche nicht, dass die einem mit Kindern da arbeiten. Muss ja auch nicht sein. Na gut, die sagt ja, die entzielt dann aber schon mal hier und da. Aber gut. Brötchen, ja, die holt immer diese Aufwachsbrötchen, weißt du? Ich finde das angenehmer, weil dann hast du, wenn ich immer heiße und warm und so weiter sofort. Wenn ich in mein Leben oder wo ausgegangen bin oder beziehungsweise gefahren bin damals, hab ich mir diese Kiris aufböchen, hab ich gerne hingewiesen. Wie hab ich schon mal gewohnt oder in Berlin haben sie mal ein Angebot gehabt, aber hier hab ich dann gewohnt. Aber jetzt, wie gesagt, geht nur mal nach Hause. Ich bin nach Hause und mach dann wenig, das ist auch kein Problem. Ja, dann wünsche ich ihr, wenn sie braun reinkaufen gehen, Herr Muss oder Samstagabau, wünsche ich ihr viel Spaß bei der Beschaffung von Aufbackbrötchen. Ich sage, dem Samstagabau kommt eine frische Lieferung. Es war fast nichts mehr da. Oder irgendwelche Brötchensorten, die auch sonst kein Mensch frisst. Irgendwelche 28 Korn, Schlag mich tot Brötchen, die du nur noch in heißem Kaffee skippen kannst, weil du sonst nicht gekauft bist oder sonst die anderen Quatsch. Das, was so gängig war, war Dinkelbrötchen, Kaiserbrötchen, Bauernbrötchen, Schlag mich tot. Toastbrot, Schnittbrot, selbst bei den Bäckershops im Supermind, die Regale so gut wie leergefegt. Aber vielleicht hat es ein Glück und wenn sie einkaufen geht, ist gerade frische Ware gekommen. Heute war richtig scheiße. Ja, das ist natürlich ehrlich. Also bisher hat meiner so einiglich gemeckert da, ne. Also ich habe immer so Sachen, die rote immer so, hast du ja früher, die ist nicht so, und rote halt gleich da die ganzen Laden nicht leer. Ich habe solche Sachen, nein, die rote immer Stück für Stück. Ich habe die, man war immer, immer bisschen, ne. Ich würde den anderen Leuten auch was holen, ne. Wenn da zwei sind, ist überhaupt nur ein oder was, ne. Immer, ne, macht der auch, macht der auch, ne. Hast du da mal was geholt, hier mal was geholt, und, keine Ahnung. Ich glaube, ich kann noch vom Garten aus, weil wir den Gefierschang haben wir noch. Die habe ich dann hier reingeholt, ne. Beziehungsweise mein Sohn noch mal, ich kann ja nichts fragen. Da hast du ja auch schon ein bisschen was gefüllt da, ne. Also, das wollte man mal machen da. Wenn ich gleich zwei Wochen davor hab, ne. Das haben wir ja früher ja auch immer gemacht. Erstmal, wenn ich jeden Tag einkaufen gehe, das ist nicht so, so. Ja, deswegen einmal einkaufen und fertig, weißt du. Und, äh, bei uns ist das ja nicht so, nicht so, äh, ne. Jetzt immer das, was man gefiltert hat, immer groß und solche Sachen. Ja, also bisher, geht eigentlich, ne. Ja, mittlerweile, klar, muss ich jetzt überall hinfahren, ein bisschen öfters sagen, ne. Noch ist ja nicht, äh, gesagt worden, äh, es ist Ausgangsstelle. Jetzt überleg mal, die sagen Ausgangsstelle, ne. Das geht ja nicht von und auf morgen sofort, ne. So, und die ein, zwei Tage da, da hast du, da kannst du bestimmt kein Fuß mehr, äh, auf der Erde setzen, mal geleben, da kannst du mal einfach auflassen, mal, ne. Ja, da gibt's doch tausend, oder? Erzählst. Ja, also, wenn du das mal so sofort oder, das ist aber ein bisschen hoch, Ende oder unten, hier ist einer geschehen. Kannst du mal gerade sehen, da ein Platz sicher ein, ein Punkt, weil, einer, ein bisschen kann reißen, weil, kann ich mal ansehen, die Industrie 2,000 hat, sonst kann ich ja ausrechnen, Es gibt ja auch nicht hier mehr, ne? Aber wenn ich weiß, wie ich habe, du weißt, ich weiß nicht, bei Quadratmeter, der du gebaut hast, ja, da kannst du ja ausreden, wenn du die Leute dann gleich gleich in den Hals hausten, ne? Also da gibt es ja nicht, dass das gehalten ist. Ja, dann ist das so, wie das schon was gesagt hat. DDR-Prinzip, ne? Jede Menge Schlange, ne? Ja, der ist ja, ist ja so, äh, das ist die, das ist, das sind die Menschen, die lernen einfach, ne? Na, die nimmst du auch, wenn du einkaufst, da ist ein Abstand gewonnen, in einer Kasse stehen wir auch hintereinander, ich sag nicht, äh, was soll ich dazu sagen, da? Ne? Also irgendwie hab ich das Gefühl, das ist ja wie, 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 wenn du dich irgendwo anstellst, ne? Ob das jetzt Arbeitsamt, oder egal, wo du dich anstellst. Na, das haben die, das haben wir damals in, in, in der Schule gelernt, hintereinander anstellen, von uns zu stehen bleiben. Die, 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 das sind erwachsene Leute, wo man meint, die haben da, die haben jahrelang, äh, Lebenserfahrung, hast du nie gesehen, die sehen das einfach nicht eigentlich anzustellen. Weil ich hab da schon mal alle von den Bocken gesagt, oh Allah, hör mal, als da denkst du, ich warte hier auf dem Buch oder was, was ist die denn hier, da habe ich ein Fisch von mir. Ich weiß gar nicht mal, wo das sein, ist ja egal, aber das sind erwachsene Leute, die benimmt die Mama, ich will mal bitte die Finger, ehrlich. Dann packte ich noch auf. Ja. 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 Ja, so was macht man auch, ich kann es nicht sagen, ich lasse mich einfach verziehen. Ja, so, nein, also wenn wir mal einkaufen gegangen sind, so, wenn da einer warm ist, weil halt in der Hand war, wir kommen hier vor, da haben wir fertig, weil wir haben ja immer, wir haben ja meistens ja immer so einen Monat, fast einen Monatseinkauf gemacht. Einmal Zeit und dann tief in die Tasche gehen müssen, dann war fast im Monat erst mal Uhr. Außer die Kirika, gut, die naschen ja gerne da, aber so, diesen wichtigen Einkauf haben wir einmal im Monat meistens gemacht. Na, jetzt machen wir das, glaube ich, jede zweite Woche, ne, ungefähr. Ja, ich nicht so, aber, ja, da ist rei, da ist rei, ist schon klar, ne, da willst du machen. Na, es gibt halt neunche Menschen da, ne, also, ich hoffe mal nur, ich sag mal, das ist ja, wie gesagt, jetzt alles was schlimm genug. Ich hoffe mal nur, wenn das alles so weit, wie möglich da vorbeigeht, ja, immer, dass es nochmal was ein bisschen mehr gegeben ist, da, weißt du, jetzt sind viele schon am drüben, hmm, na, und die Hoppen da, weißt du, ich hoffe mal, dass das ein bisschen anders läuft, keine Ahnung. Na, ich weiß, ich weiß nicht, also, alles so jetzt hier einfach, einfach keine Gedanken machen da, und, na, da siehst du mal, wie die Menschen sind da, ne, alles egoman geworden, wirklich egoman. Ja, so, ich weiß nicht,icher schien, oder, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht, wie die Menschen sind da, ne, alles go, ich weiß nicht, okay, allah, ich weiß nicht, genau, ich weiß nicht, also, aber, also, das mag ich nicht, genau, jetzt die Stalle machen, vom Beinلك, Vorwärts braucht sich so ein Kleinkraft auf dem Rollst am Boden, da was, denn da war es. Ja, das ist so, dass sich das auch gleich rum als die Notarbeitsgeschäfte auf dem Rollstieg auf dem Rollstieg kommt. Aber hier wird sich ja ein Stück da rumrollen, weil da weiß ich das nicht haben wird. Und hier wird es doch die Rolle zu dem Rollstieg. Na, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ach, super. Ja, immer aufpassen, immer gucken, immer ab und zu mal umdrehen, wer da hinter sich steht und so. Jo, 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 wo meine ich die Summi vergessen? Ah, keine Wange, keine Wange. Ich mache mich schon bemerkbar, ne? Wenn ich meine, ich müsste was dazu sagen. Ja, das hat auch viel mit Unmissbarheit zu tun und unnötige Panik machen. Nee, das Beweggründe sind für mich nicht nachvollziehbar. Wer da gibt's Scheißauspapier für anderthalb Jahre, hat Nudeln für drei, vier Jahre und Mehl für zwei Jahre, der kann die Alarmbaume haben. Ja, und wenn die in der Ausgangssperre kommen, ne? Und ich hab Hunger und ich seh die Regale hier bei mir, die sind leer, im Keller, im Vorratskeller. Ja, wer will mich dann auch vor allem mal einkaufen zu gehen? Das wird lustig, das liest am anderen Tag in der Bildseitung. Also, solange hier nicht der Kriegszustand ausgerufen wird, dann könnte ich mir mal kreuzvoll sein. Ich fühle mich gerne an, irgendwo, ne? Aber wenn bei einer kommt, was fahren sie durch die Gegend, wo wollen sie? Und er reagiert dann nicht auf meine Einwände hier. Ich hab Hunger, oh, du musst wohl einkaufen, ne? Dann wird's richtig, dann wird's spaßig. Das freu ich mich schon drauf. Ich bin jetzt wieder hier noch ein Scheißer von Italien. Was interessiert mich? Wie viele in Italien sterben? Interessiert mich die, nicht die Bohne, absolut nicht. Sind die Italiener? Ja, ja, gut, das ist ja überall so. Die wollen ja, die wollen ja versuchen, eigentlich ein Gewissen zu reden. Glauben mal, irgendwann wird dann kommen, hier spenden, hier spenden. Davon kann's auch schon mal ausgehen. Ja, gut, mir tun die Menschen leid. Schon klar. Aber wie ich schon gerade gesagt habe, da muss ja irgendwas schief gelaufen sein. Überleg mal, die Epidemie, die bricht, egal, irgendwo anders aus, in einem anderen Land, da sterben noch mehr Leute wie da. Vor allem, bevölkungsmäßig ist ja da ja extrem mehr. Das ist ja, wenn, ich hab da mal jemand, ich guck mal, wie du's mal gesehen, ja, weißt du, bisschen da auch im Schwimmbad oder Freibad oder so, da hast du kein Wasser mehr gesehen, so viele Menschen. Weißt du, unsere Italiener, da ist mehr, da muss man eben wachsisch gelaufen sein. Das ist das Ding, also, ich sag ja, es ist so wichtig, die Leute leid halten, aber ändern kann man sich eh nicht dran bekennen. Man muss da, da muss man schon, das ist die Dofa ein bisschen, schon egoistisch sein, ein bisschen mal so an sich denken und an seine Familie denken, so ein bisschen. Weißt du, Familie geht nur mal vor. Ist ja keine Frage alles. Also, sie haben selber irgendwie genug Sorgen und so, also, das war immer noch irgendwie, ich hab da keinen Plan. Und meiner Meinung, das ist auch meine Frau, also, die Grenzen und alles, das hätte viel, viel vorher schon geschlossen werden können, letztendlich. Aber, äh, ja, ich sag nur, wo die Leute rüberkamen, sag mal, jeder Täter wurde untersucht, ne? Also, jeder Täter, das soll schon alles heißen. Also, ey, ich sag, ich mag den jemanden mal echt am Kopf, ne? Wie, wenn du da 50 Leute einladest, du grüßt die Taten da, das ist so, weil, das ist doch irgendwas falsch, oder? Ja, so macht das hier halt, ne? Also, wir können nichts sagen, wir können nur irgendwie auf uns selber aufpassen, halt, und, äh, halt das Beste rufen, und, und so weiter. Also, deswegen, also, da können wir, wie gesagt, zweitelang drüber reden, aber sie wissen ja eigentlich, wo, wer allein ist. Ja, in der Hysterie dauert er sicherlich so traurig, wie so plötzlich unerwartet stehen. Äh, aber, Entschuldigung, es sterben Leute an Lungenentzündung, an Herzinfarkt, es sterben Leute an Krebs, an, was weiß ich, Ebola, HIV, äh, die Enke könnte dir jetzt wahrscheinlich zwei Seiten, die nach vier Seiten eng vollgeschrieben, Krankheitsverläufe, äh, erzählen, die tödlich, äh, jeden Tag, so, weltweit, bei 7,7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, ne? 7,7 Milliarden, ja, selbst wenn gibt's ne, ne Million weltweit da dran stehen, ne Million, ja? Wir sind jetzt irgendwo, schlag mich tot bei, glaub, äh, 10.000 weltweit, ja, so knapp rum, viele in China, dann in der Ost, hier, Iran und so, wenn ne Million da anstirbt an dieser Geschichte, dann ist das ne Million mal traurig, vollkommen irrelevant für diesen Planeten, vollkommen. Ja, so ist das ja, äh, so ist das ja, ja, wie gesagt, traurig genug, klar, ich hab's, was? Ja, traurig genug, das war ja nur mal hier, der, der Nachbar da, der hat beschäftigt sich auch viel mit Gott immun, war ja schon mal irgendwie so eine Epidemie-Fahrung, hab's nicht gesehen, ne, da war irgendwie auch da, aber es war ja richtig hässlich wohl gewesen, da haben sie, äh, eine, eine, ein Dorf, oder so immer, haben sie es halt wegge, äh, oder Stadt, oder, keine Ahnung, weiß ich nicht, die sind ja auch nicht verkehrt da, nicht erkennt, ne, da haben sie es halt weggekommen, weg, ne, da sind, ne, da sind zählt, da sind viertausendal Menschen, da haben sie da, haben sie da weggespringt, auf Deutsch gesagt, ja, entweder die zehn, äh, zehn, äh, tausend Menschen und was ja auch immer, oh, danke schön, ne, oder die ganze Welt, ne, da wär definitiv alles verrotet, was dann, ne, da haben sie kurz die Zwarf gemacht, ne, klar, schade, um die Menschen sicher, ne, aber wenn man da nur Möglichkeiten hat, Sonst machen wir mal echt gut im Saal, ich meine, das hört sich jetzt total an, so gesehen. Das, was hier zu spüren, das ist für die meisten, sag ich mal, Statistik. Meist? Das ist halt so. Und der Nachbar sagt ja auch mal, ich sage, der ist da, bei sowas ist er ja richtig immer am Zuckern und so, der ist da total witz hier, richtig? Finde ich auch gut. Die Welt, die kann, die Erde, die kann 80 Milliarden Menschen versorgen. Und wir leben jetzt schon auf Langbleich, ich sag, da, wir sind knapp bei 80 Milliarden. Da braucht man nicht lange zu überlegen, dass da irgendwann was passiert. Deswegen, also das ist alles so und so, ja, ich will auch nicht groß reden hier so, das ist ja, wie gesagt, Stikulation, man sieht ja, du weißt ja, überall sieht, dass da irgendwie anders reden, dass da anders beschrieben und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich diese, die übertreiben und dann gibt es natürlich diese wieder dramatisieren und so weiter und so fort. Ne, aber von immer Sachen ist immer eine Sache mit Quäntchen Wahrheit nicht. Also deswegen, der liest auch alles. Also ich finde das echt mal interessant, natürlich auch von Augenraumstum mal so rein, so. Alles wird gut. So, jetzt muss ich mal in den Kater versorgen. DG1, der mit Impfparole. Ja, so, jetzt muss ich mal, mach mal, mach mal. DG1, der mit Impfparole. DG1, der mit Impfparole hier übrigens. Ja, DG1, erzähl mal, was hast du denn heute noch getrieben? Oh, ich habe auch mal hochgeschrieben gemacht. Also ich bin da, 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 ich bin da. Das ist aber, die Geister, ne, heindeutig. Ja, wie gesagt, wenn du noch sagen, es ist ein Geister, sei vorsichtig, ne. Mach den einen auf Vorwürfe oder was, aber man weiß ja nicht, vielleicht haben wir die ganze Scheiße ja schon genug, man weiß es nicht, aber, naja, wie gesagt, achte. Ja, wir kennen dich ja nicht anders, endlich. Aber auch da läuft dann das, ist richtig. Jo, jo, jo. Ja, ich hab heute ein bisschen hier und dann hab ich hier gewünscht. Da hab ich den Nachbarn mal gespannt. Das Dach werden wir morgen machen. Heute war nicht zu spät, ehrlich gesagt. An den Seiten hängen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich morgen, bevor man, ich sag mal, dann, ja, was laber ich natürlich. Also morgen werde ich da Dachlatten holen. Ich werde das nochmal mit Dachlatten noch ein bisschen fixieren, weißt du? Nur diese Klammern da. Ich weiß nicht, ob das jetzt hält da, wenn sich die Wind kommen sollte oder so. Sicher, ist sicher. Ja, und, ja, dann holten wir mal hier Abzelkammer zu Besuch. Bisschen Quacken und so. Dann haben wir einen Zuckermann gemacht. Ein, zwei, drei Behichte gemacht da. War auch interessant. Jochen getroffen. Weil der war auch guter Weg für dich. Äh, und, ja, das war's. Und danach hab ich dann auch weiter ein bisschen Garten. Ja. Jetzt bin ich wieder hier ab. Jochen. Ja. 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 Oh. Kommt der Din, kommt der Din. Kommt der Din. Ja, falsche Befestigungsmethode würde ich da mal sagen. Ein 6 Meter Giro-Mast, ne? Den macht man mit zwei Ringstellen an der Garage man fest. Und zwar schon angehoben in so einem knapp Meter Höhe. Ja, da kommt noch ein Unterstützungsfuß drunter, das heißt also nur drei Befestigungspunkte. Und dann kommt eine Garagenwand. Und den brauchst du dann nicht abspannen, weil der 6 Meter Mast den biehst du nicht um. Ja, aber ich bin halt auch noch mal ein bisschen drauf. Ja, das ist ja wieder ein bisschen. Also, da ist es halt, also ich bin ja wieder ein bisschen an der Garage. Also, ich bin jetzt mal. Einmal noch von mir was dazu und dann mal gucken ja die gegenseitige Beeinflussung von Antennen Das ist sowieso ein Problem. Merke ich hier bei mir. Derzeit mit Kurzwelle vertikal und UKW vertikal steht einfach zu dicht beieinander. Einer wieder steig ich mir das selber rein. Ist einfach so. Das andere ist Hexbeam. Auf dem anderen Mast meint er den müsstest du dann nicht abspannen. Musst du auch irgendwie gehen. Und dann mit 9 Meter Höhe oder 10 Meter Höhe wird sowieso schwierig, weil die Häuser hinter dir alle höher sind. Wenn du da drüber willst, musst du wenigstens 15 Meter. Ja. 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 Hm. Ja. Das macht eine große M seiner. Und da, wenn du . Dann nehmst du gerade die. Dann müssen wir, dass wir abh το dann, und wenn du da . Und wenn du da. Dannst du da. Kommst du da. Dannst du das da. Das ist . Ich habe dann hier noch eine strictlybesch doet. Dann sind wir. Dann macht man ein sehres Telefon. Ja, du musst dir dein Grundstück, was du dahin zur Verfügung hast, musst du dir mal mit anhand deiner Skizze, musst du dir da mal aufteilen. Du musst dir mal so eine Lage-Skizze machen, ein Layout, wie man so schön Neudeutsch sagt heutzutage. So, und dann musst du überlegen, welche Antennen hast du zur Verfügung, was willst du aufteilen? Ja, Kurzwelle, UKW, 3D, keine Ahnung, wurscht. Dann den räumlichen Abstand mit berücksichtigen, bei dem Hexbeam natürlich auch noch den Drehradius. So, und dann gucken, wo könntest du denn überhaupt hin? Garage und Wand ist hier auch eine Geschichte. Irgendwo nach hinten, ich sag noch so ein Bunker oder was du da hattest, hinten im Garten zum Nachbargrundstück, da wäre auch noch eine Befestigungsmöglichkeit. Und dann kann man das alles so fest machen, dass man da nicht zig Abspannenlein kreuz und quer durch die Bumpers ziehen muss, oder man spannt die Masten gegenseitig ab. Das heißt, also von der einen Mastspitze zu dem anderen Mastfuß, nicht ganz so tief, so zwei Meter Höhe, und umgekehrt, und andere Befestigungspunkte findet man auch. Ist natürlich auch ein finanzielles Gerödel, also ein 4-5 Millimeter Stahlsaal, dementsprechende Meter, sind auch nicht gerade billig. Gut, hier haben wir das, also sind ja nicht gerade flüssig, und da haben wir das Rollstück. Und jetzt habe wir das Gerot haben? Und dann kann man so nicht fighten, in der Träumeな paran shufflenen kann man so nicht gerade super ogen Meter Höhe, da habe ich ein Problem gewonnen. Ist zumindest ein toleranter Runde, die Windские Stahl sake das noch nicht recht cool isch, Also, das ist der Wind, also, ich sehe, wobei die Garage steht, da 3 Meter ist, das ist ausreichend. Das heißt, vor, an der Garage hat das Wind hier, da habe ich aber keine Gas hier. Und, ja, dann hast du die Gruppe, wo du arbeitest. Ja, ich habe da so hochreifig gearbeitet, das steht nicht. Also, das ist so dahehen, das ist hier. Aber, naja, das ist nach der Temperatur jetzt. Und, da ist der Wind, der jetzt nicht wieder funktioniert, da ist der Wind am Alterstelle, das klappt nicht so. Da werde ich die beiden weiter hören. So, der Lef, der Tag auf Einstein holen wir noch mal zum Abschluss, weil der Arjan so lauer zu sein. So, gibt es wahrscheinlich nicht, was deine Magnetic Loop für ein Sequenz-Spektrum hat, von bis wo die funktioniert. Der X-BIM geht von 6 bis 20 Metern, der kann er nicht. Außer du hast ja riesen Dinge, da kann er noch 40 Metern. So, dann hast du eine Vertikale, deine Magnetic Loop, und über deine Drahtantenne braucht es gar keinen Kopf. Ah, der Tasse selber ist alles, das hinkt rum. UKW ist nach einer Geschichte. So, Vorschlag meinerseits. Die Drahtantenne, äh, die Drahtenten-Hexbeam mit deinem komischen Gittermast, den du da kriegst, im hinteren Bereich der Garage, wenn das nicht zu nah an die Nachbarhäuser kommt, ansonsten in den vorderen Bereich. Die Vertikale, dementsprechend außerhalb des Drehradios, hinter oder vor dem X-Beam, eben vor seiner Garagenwand. Fertig. Die Magnetic Loop hinten am Bunker. Auf den Kurgemast, weil du hast ja gesagt, die braucht eigentlich nur 2-3 Meter, war gewohnt. Aber 6 Meter wäre besser. Und die Bäume fangen erst bei 7-8 Meter an. Dann ist sie vom Haus weg. Du hast kein Störfeld im Haus. Ja? Hoch genug ist er auch. Und Ending-Bländer. Das ist jetzt eine Aufteilung von mir, ohne dass ich dein Grundstück überhaupt mal betreten und besichtigt habe. An der Garage, Hexbeam, plus dahinter oder davor, je nachdem wie die Platzverhältnisse sind mit Drehradios und Beeinflussung des Hauses, die vertikal und hinten am Bunker dein Magnetic Loop. Du bist von allen aus im Weg. Die können den ganzen Garten nutzen. Du musst halt nur jede Menge Kabel ziehen. Und mach dir keine Kuppe hier wegen einer Ansteckstelle hier, Verlängerung. Muss nur gut isoliert sein. Weil wenn du jetzt anfängst, hier mit Zehntel dB auf Kurzwelle rum zu eiern, ne? Dann solltest du ganz aufhören mit dem Hobby. Im Ring mit dem, Qui. So, jetzt sehen wir jetzt nach zwei Runden an. Jetzt sehen wir jetzt nach zwei Runden. Jetzt kommen nach zwei Runden. Ganz aufhören. L 3410. Dann wäre noch mehr, sind wir? Dann wäre noch mehr, und dann ist es erst seit 100 km. Dann wäre noch mehr, wenn du jetzt mal auf die Schlachtstelle. Dann wäre noch mehr. Es geht ab dem V2, man sieht an, ich bin aber gleich gut, aber das geht um mich gut, wie war das? Ja, was ist das Problem? Ja, was ist das Problem? Na gut, was bitte? Ich bin da an der Ausweg, das ist ja so, und ich wollte es ja in der Straße gehen. Na, muss ich ja gucken. Da soll ich ja an der Ausweg, nach einiger Ausweg, das ist ja so. Na, bin ich dran. Hehe. Na ja, ne, in der Fußfälle da, na, was hab ich noch bekabelt wurde. Na, war auch für eine Notar. Na ja, nö, da hat er so was hingehre ich. Na, da im Bunker da, da steht doch eh so, ach da. Na, lassen wir auch Bäume und so, da sieht ja eh keiner was da für eine Antenne, beziehungsweise, das ist doch überhaupt was steht mit dem nicht. Na, kannst du das Spiel mal erst mal nutzen, wenn das dann alles staatlos funktioniert und so weiter und so fort, dann kannst du ja immer noch so fest ein Rohr reinmachen da. Na, ballerst du da in den Bunker dran, fertig aus. Ja, wie ist das? Na, wenn alles andere ist das auch auf dem Weg da, so zu sagen, na, mit diesem und so weiter und so fort. Ich denke mal nicht, dass das dann dann deine Nachbarn gestören würde. Na, weiß ich denn, da war ja irgendwann mal einer da am Batsch und da hat er gesagt, dann muss das da irgendwie, ich weiß ja nicht, was ich denn, na, hat das die da eigentlich dann eingeheigtet oder was? Was war das denn hier? Den Bunker. Ja, was weiß ich denn, da ist das, wie ein Bild ist das Meiner, der hat immer so gesagt, dass ich das ja nicht da war, und da hat sich das aber noch nicht gefehlt. Hier, da wurde ich kein Bild, ich hatte eine Kontrolle, die Jungs, da war mein Schiff, mein Schiff, mein Schiff, und ich hatte ja das Glück, wo es da war, so. Wo habe ich dann schon wieder etwas gemacht, Wenn ich dann einmal stehe, drüber zu sagen, dass, äh, ja, ich weiß nicht, wir haben, oder, weiß nicht, oder, ich bin da neben dem Bokko-Obe, ich weiß nicht, oder, ich weiß nicht, dann kriege ich das hin und dann sehe ich, man kann das nicht, man kann das nicht, man kann das nicht führen. Ich weiß nicht, man kann das nicht, man kann das nicht, man kann das nicht, man kann das nicht machen. Ich glaube, dass, hier hat man jetzt vorne, da hat man mal recht zu sehen, oder, da hat man schon mal recht zu, da hat man, äh, nach Bauer und da. Na ja, hier haben wir den Schotter und so, da, wo der Pauer und die Komparein. Ja, da haben wir auch wieder, ich, äh, da war ich, 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 da war ich. Da, war ich? Ja, na ja, ja, so gut. Ja, ganz hinten, da, wie gesagt, das tun wir schon, wenn man hier will, ist das, da, kannst du da hinten, da, aus hinten, da, erstmal Zettauber hinstellen, und fertig aus. Ja, hätte ich schon nichts gemacht, da, bitte. Ja, ich wünsche euch alles Gute, da. Ja, ja, da reiten wir da wieder, haben wir, äh, ja, wie soll ich denn sagen, ja, wir haben mit den Kuppen da. Na ja, da kann man was machen, ne? Das ist ja gar nicht so, ich sage, Ja, das funktioniert, wenn man das, ja, ja, da muss das ein bisschen ruhiger angehen, aber das hektisch bringt nix. Ja, hast du denn jetzt schon einen Platz, wo die Mastik so stehen kann? Ja, das ist das Problem, aber das ist ein bisschen ruhiger angehen, aber das hektisch bringt nix. Ja, das kann man ja nicht so tun. Ja, ich habe also schon gesagt, wir wollen eventuell den Rasen noch machen, dann kommen wir in festen Tagen und wieder bauen das Ding wieder ab. Ja, ich habe jetzt nochmal geholfen, wenn man ein Eierkart hat, wenn ich das hier mal rausgehe, und ich hoffe, dass das hier Mastik so ist, dass die Mastik so ist, dass die Mastik so ist, dass die Mastik so ist, und dann ist das hier, ja, ich habe jetzt erstmal da zu sehen, Ja, das war ja nicht so, da musst du den Gierummaschen sparen. Ja, das war ja nicht so. Ja, aber ich habe jetzt eine Garage da, eine Haltdruckantüre oder so. Ja, das wäre ja nicht schlecht, ne, dann kannst du den Gehobas nicht fahren und dann kannst du, da brauchst du ja nicht mehr Seilespannung, Abspannung, sondern installierst du ihn dazu keine Garagenecke oder was und dann kannst du ja da auch ständig zum Probe zusammenhaben. Naja, logisch, da wird ja keiner von deinen Hausbewohnern, was man haben würde, da ein bisschen dringender ihn über ihn knallen. Naja, mach dich mal richtig Gesamten, weil du weißt ja, ne, rufst du Gasse dann irgendwann mit den Nachfahren und kannst du gar nichts mehr machen, ne. Schleifst du dir alle Nase an, dann wissen wir, wenn das heute läuft. So, so. Und was gibt's sonst Neues? Ja, ja, ich hab das jetzt nicht mal nach, oh, so, wo du es war nicht, genau, ich hab das da, aber da ist dann in der Weh, muss man lange so halb so vorbeigelegt. Und immer wenn ich da drückte mich da an, dann, na ja, ja, das ist Magnete, das ist immer so eine Sache. So, ich muss mal im kurzen, ich muss mal im kurzen, ich muss mal im kurzen Papier lassen. Boah, ich hab da eine dicke Masse, ich dachte, ich hab da kaputt da, ja, muss ich noch ein bisschen Mond abwarten, da hat er da wirklich am Ende reingemacht in den, in den Spahn da, für die gute Behandlung, aber das hat wohl noch nicht so richtig funktioniert so an.